So, heute mal ein ganz anderes Video, denn heute habe ich mal wieder was für euch, aber diesmal etwas Digitales und ihr seht mich jetzt die nächsten paar Minuten in meiner vorwiegenden Tätigkeit in meinem Alltag, nämlich sitzend vorm PC. Aber es wird cool. Es geht nämlich darum, nachdem ich jetzt im Januar eine Zeit lang weg war und jetzt mich auch wieder davon erholen konnte, geht es mit einer neuen Trainingsperiode bei mir los. Und ein paar von euch interessieren sich ja für das Thema Training, gerade für das Thema Training für die Berge. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit in mein Trainingslogbuch, das ihr dann alle zum Schluss bzw. unten in der Videobeschreibung runterladen könnt, vollkommen kostenlos. Ihr könnt das dann verwenden. Ich erkläre euch jetzt so ein bisschen, wie das funktioniert, denn wenn ihr euch das jetzt einfach runterladet, dann werdet ihr von den Informationen erschlagen. Das Ding ist noch nicht hundertprozentig fertig. Es kommen noch ein paar Blätter dazu. Dazu erzähle ich gleich nochmal was. Aber im Großen und Ganzen, das, was es bis jetzt gibt, könnt ihr genauso verwenden und später die Sachen, die dann noch dazukommen, immer weiter implementieren. Insofern schauen wir jetzt einfach mal in mein Trainingslogbuch hinein. Ich verwende das Programm Excel dafür. Es funktioniert genauso mit den ganzen Alternativen von Open Office und Google und Co. Hier befinden wir uns jetzt da in der Trainingsübersicht. Das hier ist, falls ihr euch jetzt wundert, wirklich Excel. Ich habe nur alles, was nerven kann, ausgeschalten. Und wir sehen hier unten einige Tabellenblätter. Wir sind jetzt hier bei 5. Es kommt hier dann noch was anderes dazu, denn wir befinden uns hier gerade in der Trainingsübersicht. Das wird dann später auch die Trainingsübersicht. Es gibt dann auch noch eine Gesundheits- und Statusübersicht. Die wird aber noch gebastelt. Ich bin an den Sachen dran. Das dauert alles immer ewig. Ich bin nicht der absolute Profi mit Excel. Ist egal. Jedenfalls ist das bis jetzt fertig. Die Trainingsübersicht und diese vier anderen Reiter. Ich persönlich reihe meine Trainingsphasen immer nach gewissen einzelnen Phasen ein. Und zwar einer Übergangsphase, einer Basisphase, einer spezifischen Phase und der Entlastungsphase. Und danach kommt eine große Tour. Etwas, worauf ich mich lange vorbereitet habe. Etwas, was auch immer es im Prinzip ist. Ob das jetzt eine Expedition sein mag oder nur ein Tracking, ein Weitwandern, ein Kletterprojekt. Dieses System kann man für alles verwenden. Vollkommen egal, was ihr im Bergsport erreichen wollt. Ich habe mich dafür, das möchte ich der Transparenz halber auch sagen, an dem Training for the New Alpinism orientiert. Das Buch ist okay. Es ist nicht das allerbeste Buch, aber es ist sehr okay. Und gerade das Logbuch, nachdem sich das quasi hier richtet, das ganze System, das ich euch gleich zeige. Das ist sehr gut, meiner Meinung nach. Ich habe es ein bisschen adaptiert nach den Dingen, die ich persönlich brauche. Aber es setzt auch auf diese Phasen, auf diese Trainingsphasen. Und das finde ich ganz cool. Wenn wir uns jetzt hier diese erste Trainingsübersicht anschauen, dann sehen wir hier, dass eine Woche eine Zeile hat. Und in dieser Woche sehen wir die Phase selber. Das ist die Übergangsphase. Die dauert insgesamt acht Wochen lang. Das sieht man auch hier ganz gut. Und hier kann man Events eintragen. Dazu komme ich gleich nochmal. Die Solldistanz. Wie viel hat man sozusagen in dieser Woche zurücklegen sollen? Was war eigentlich der Plan? Wie viel hat man bisher geschafft? Die Woche ist noch nicht rum, deswegen bin ich da auch noch nicht hin. Wie was für eine Steigerung man zur Vorwoche hat? Das ist logischerweise noch nicht drin, weil es gibt keine Vorwoche. Wie viele Minuten Belastungsdauer ist, also nicht soll, sondern ist letztlich da war in dieser Woche? Wie gesagt, die Woche ist noch nicht rum. Wie viele Seillängen man geklettert ist? Wie viele Höhenmeter man zurückgelegt hat? Wie viele Minuten man Krafttraining gemacht hat? Und wie viele Minuten Regeneration? Diese Zahlen hier müsst ihr niemals selber eintragen. Das Einzige, was ihr hier selbst eintragen müsst, sind die Events. Also wenn etwas Cooles passiert, wie beispielsweise ihr habt seit einem Marathon gelaufen, irgendwas, was trainingsspezifisch relevant wäre, hier reinzuschreiben. Wenn ihr mal etwas ganz was Komisches gemacht habt oder was ganz was Krasses gemacht habt, wenn ihr an einem Wettkampf teilgenommen habt, wenn ihr, egal was ihr gemacht habt, das schreibt ihr hier rein. Nicht Oma Erners Geburtstag. Oma Erner findet in der Trainingsübersicht keinen Platz, sondern lediglich trainingsspezifische Sachen. In den Anmerkungen könnt ihr dann noch dazu schreiben, wie es euch gegangen ist, ob ihr Probleme hattet, ob was wehgetan hat und so weiter, damit ihr, das ist ja der ganze Sinn dieser Trainingsübersicht, damit ihr am Ende dieser langen Periode einen Überblick darüber habt, was in diesen einzelnen Wochen passiert ist. Also wenn irgendwo mal was schiefgegangen ist, dann könnt ihr im Prinzip anhand der Trainingsübersicht rekonstruieren, was schiefgegangen ist und warum es vielleicht schiefgegangen ist. Weil wenn ihr keinen Überblick habt, da bin ich zumindest so, wenn man keinen Überblick darüber hat, was man die letzten Wochen so gemacht hat, dann ist es manchmal sehr, sehr schwer, eine anbahnende Katastrophe frühzeitig zu erkennen. Und genau dafür gibt es diese Übersicht, diesen generellen Überblick. Schauen wir in die Übergangsphase. Übergangsphase, basisphase, spezifische Phase, Entlastungsphase, das ist von der Programmidee her immer relativ gleich. Es gibt nur ein paar Kleinigkeiten. Auch das jetzt wirkt, als würde es einen erschlagen. Aber ich möchte euch hier anhand dieser Woche erklären, wie das Ganze so grundsätzlich läuft. Danach funktioniert es eigentlich immer gleich. Ihr seht, diese Tabellenform hier, die wiederholt sich einfach nur. Es ist keine Raketenwissenschaft. Ihr seht hier oben links die Woche, in der ihr euch gerade befindet und von bis wann diese Woche geht, wöchentliche Trainingsdokumentation und ein Ziel. In diesem Ziel verfasst ihr am besten immer, was diese Woche eigentlich überhaupt ihr euch vornehmt. Das solltet ihr zumindest innerhalb einer Phase immer rechtzeitig geplant haben. Heißt, eine ganze Phase im Voraus. Für die Basisphase beispielsweise habe ich jetzt noch keine Ziele festgelegt, für die einzelnen Wochen, aber für die Übergangsphase bin ich jetzt komplett fertig. Das heißt zum Beispiel, meine Übergangsphase, das ist sozusagen der leichte Einstieg ins vernünftige, gescheite Training wieder zurück, sind 50% der typischen Trainingsbelastungen einer Trainingswoche im Vorjahr. Das sollte das Ziel sein. Wenn ihr dieses Ziel nicht erreicht, drauf geschissen. Es geht nur darum, dass es eine Orientierung geben muss, die euch vorgibt, wie ihr eure Woche planen sollt. Und wenn ihr es schafft, euch an euer Ziel zu halten, perfekt. Geht aber nicht über dieses Ziel hinweg, gerade in den Übergangsphasen. Auch ich persönlich tue mir gerade schwer, runterzufahren und zu sagen, hey komm, wir machen jetzt mal ganz bewusst wenig, damit ich sozusagen erst mal wieder von meinem Nix tun und von der starken Belastung ins Nix tun und dann wieder ins Training einsteigen. Das sollte einfach langsam und ganz, ganz gemütlich gehen, so dass man sich nie wirklich müde fühlt. Und jetzt haben wir hier unsere Disziplinen. Grundsätzlich ist es so, dass ihr daraus machen könnt, was ihr wollt. Wenn ihr überhaupt keine Kletterer seid, dann streicht das hier einfach raus. Ist egal, dann ersetzt das doch irgendwas anders. Wenn ihr Spaziergänger seid, dann ersetzt Trail und Laufen durch Spazierengehen. Diese Punkte hier könnt ihr immer bearbeiten. Das ist vollkommen egal. Ihr müsst manchmal vielleicht die Einheiten dann letztlich anpassen, denn hier haben wir jetzt Klettern nach Seillängen. Da macht es keinen Sinn, wenn ich hier Dezimalzahlen habe. Deswegen bin ich fünf Seillängen geklettert, bin ich fünf geklettert. Und nicht 5,2 oder sowas, sondern ich trage hier nur ganze Seillängen ein. Das heißt, ihr müsstet hier ein bisschen adaptieren. Aber grundsätzlich könnt ihr das genau so setzen, wie ihr lustig seid. Bergsteigen in Kilometer und Trail laufen in Kilometer, vollkommen klar. Die Höhenmeter, wie viel hat man insgesamt zurückgelegt? Ich addiere hier Klettern und Bergsteigen, weil für mich die Höhenmeter gerade beim Klettern dann gar nicht so wichtig sind. Zumindest für mein aktuelles Trainingsziel ist es nicht so wichtig, dass ich 600 Höhenmeter die Woche geklettert bin. Das ist eher zweitrangig aktuell. Mein Trainingsplan konzentriert sich gerade auf hauptsächlich Bergsteigen und vor allen Dingen viel Gewicht und auch Klettern, aber ich würde sagen eher so im Verhältnis 70-30 oder 60-40, aber definitiv nicht mehr. Deswegen ist das für mich nicht wichtig. Wenn das für euch wichtig ist, dann splittet diese Zellen hier nochmal auf, geht in Höhenmeter Klettern und Höhenmeter Bergsteigen. Aber ich rate euch, keep it simple. Es ist schon relativ komplex, dieses Logbuch. Wenn ihr es noch komplexer macht, dann verliert ihr irgendwann die Motivation dran zu bleiben und hier wirklich ständig jeden Tag zu dokumentieren. Wir haben Zeit in Zone 1, Zeit in Zone 2, Zeit in Zone 3. Wenn ihr nicht wisst, was Zonentraining ist, dann schaut auf jeden Fall in das Video oben rechts beim i. Da erkläre ich das mit dem Zonentraining nochmal, wie viele Minuten Krafttraining drin ist und wie viele Minuten Dehnen pro Tag drin ist. Dann haben wir hier die Wochentage, offensichtlich, und haben hier Soll und Ist. Bei Soll und Ist ist es so, wir nehmen uns ja jede Woche etwas vor und wie viel letztlich daraus geworden ist, das ist ja manchmal was anderes, als wir uns vorgenommen haben. Meistens ist es weniger, aber manchmal ist es auch mehr und dann sollte man hier definitiv differenzieren. Deswegen gibt es einen Plan, das ist sozusagen immer die weiße Zeile, sagt, was der Plan ist und die blaue Zeile sagt dann, was wir tatsächlich gemacht haben. Persönlich zum Beispiel habe mir für Mittwoch genau das vorgenommen, diese eine Tour und ich habe die dann letztlich genauso auch gemacht und bin da genauso hingekommen und das war dann auch, hier habe ich in den Anmerkungen hingeschrieben, was das Besondere an dieser Tour war oder ob es irgendwas Erwähnenswertes gegeben hat. Hier zum Beispiel habe ich einfach nur geschrieben, dass ich auf dem Asphalt in der Stadt laufen war. Hier beispielsweise habe ich dann geschrieben, dass ich ein Zusatzgewichttraining gemacht habe, also plus 11 Kilo Zusatzgewicht. Nur ab habe ich jetzt hier geschrieben, weil die 3,5 Kilometer nur die Bergaufstrecke waren. Bergab bei Skitouren vernachlässige ich, weil das ist für mich, das ist ja kein Training in dem Sinne. Und dann schreibe ich hier wieder rein, 740 Höhenmeter, ich habe 112 Minuten in Zone 1 verbracht, das war ein ganz gemütlicher Tag und hier haben wir den Freitag, 6 Seillängen sollte ich klettern, das sind in der Halle dann insgesamt 114 Höhenmeter, 6 Seillängen bin ich geklettert mit 114 Höhenmeter. So, grundsätzlich ist das nicht so eine Raketenwissenschaft. Wir haben Soll und Ist, wir haben unsere Disziplinen und wir haben die einzelnen Werte dieser Disziplin, beziehungsweise hier haben wir nochmal zwei Randdisziplinen, Krafttraining und den. Müsst ihr auch nicht reinnehmen, wenn ihr nicht wollt. Und unsere Anmerkungen. So eine Woche ist aber relativ fett und damit wir das Ganze dann auch nochmal im Überblick haben, damit wir wissen, haben wir jetzt vielleicht schon zu viele Kilometer gemacht, haben wir vielleicht schon zu viel Klettern drin, wenn wir planen, aber auch wenn wir schon vielleicht die Woche zu Ende ist und wir adaptieren müssen, weil wir uns zu müde fühlen, dann haben wir hier rechts die Übersichten. Woche 1, Übersicht Ausdauer, da steht die Solldistanz drin und die Istdistanz drin, beziehungsweise die Gesamtbelastungsdauer, wie viele Minuten wir mit Training verbracht haben. Woche 1, Übersicht Klettern, sagt einfach nur Anzahl der Seillängen. 6, Schwierigkeitsgrade habe ich noch nicht eingetragen, muss man auch nicht, kann man auch einfach weglassen, wenn man nicht möchte. Woche 1, Übersicht Sonstiges, wie lange habe ich Krafttraining betrieben und wie lange habe ich Ausdauertraining betrieben. Hier ist es ganz wichtig, hier sind die Istwerte hinterlegt, hier sind grundsätzlich immer die Istwerte hinterlegt, weil für die Übersicht zählt für mich natürlich nur, was tatsächlich passiert ist und nicht, was ich mir vorgenommen habe. Bei meinem Fall ist es aber für mich in der Ausdauer sehr wichtig, um zu sehen, ob ich mich eigentlich grundsätzlich an meine Ziele halte. Außerdem ist natürlich wichtig zu sagen, dass die Solldistanz und die Istdistanz bei der Ausdauer natürlich sowohl das Bergsteigen als auch den Trail, beziehungsweise das Lauftraining zusammenzählt. Also wir haben hier 5,6, 3,5 und dann nochmal die 6 Kilometer vom Soll, die werden hier zusammengerechnet. Das ist wichtig, damit ihr wisst, das ist alles Ausdauer. Ich differenziere nicht zwischen Bergsteigen und Laufen, wenn es um die Idee hinter aeroben Training geht, denn nur darum geht es mir im Endeffekt, sondern das soll dann in der Übersicht im Prinzip zusammengefasst werden, denn nur dann habe ich einen soliden Vergleichswert mit Woche 2 beispielsweise, wo ich jetzt 18 Kilometer eingetragen habe. Grundsätzlich ist es so, mein Ziel ist jetzt hier zum Beispiel Aerobe Belastungsdauer der Vorwoche, Bauchmuskeltraining und eine Climbing-Routine soll da noch rein. Das heißt, ich will einmal auf jeden Fall ein Krafttraining unterbringen. Das habe ich jetzt hier noch nicht verplant, aber grundsätzlich ist es so, ihr habt ein Ziel. Dieses Ziel solltet ihr erreichen, denn ihr habt euch ja irgendwas dabei gedacht, als ihr eure Phase geplant habt. Und hier steht immer ein gewisses Ziel halt drin. Aber wenn ihr es nicht schafft, auch nicht schlimm. Werft nicht alles über den Haufen, nur weil ihr euer Wochenziel nicht erreicht habt. Das ist nicht so schlimm. Lieber dranbleiben und 10% weniger machen in Zukunft oder sich irgendwie anders anpassen, ist deutlich besser als wirklich alles über den Haufen werfen. Ich bin zum Beispiel in der kommenden Woche längere Zeit nicht da. Ich kann nicht so viel machen, wie ich mir vorgenommen habe. Ist egal, dann muss ich das irgendwie anders aufteilen. Und wenn sich das nicht ausgeht, schade. Das ist eben nicht so geworden. Das sehe ich ja dann auch in der Ist-Distanz, was relativ praktisch ist, damit ich immer sehe, was in der Praxis auch wirklich passiert ist. Nun ist es so, in meinem Fall geht die Übergangsphase 8 Wochen, die Basisphase 20 Wochen, die spezifische Phase, ihr seht hier oben auch immerhin, was für eine Phase wir uns gerade befinden, Die spezifische Phase geht 4 Wochen und die Entlastungsphase geht 2 Wochen. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich das nochmal umbauen muss, denn in der Entlastungsphase bin ich schon gar nicht mehr hier. Aber das ist so der Standardplan, der auch in Training for Alpinism so verwendet wird. Ich finde 20 Wochen Basisphase mit 4 Wochen spezifischer Basis sehr viel. Wenn ihr aber bei 0 startet, ist das ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Nach der Entlastungsphase, also nach der Woche 34, wie ihr es hier in der Übersicht seht, soll im Prinzip eure maximale Belastung stattfinden. Eure Weitwanderung, euer schwerstes Kletterprojekt, eure Expedition, euer Tracking, was auch immer. Was auch immer ihr vorhabt, das soll nach Woche 34 passieren. Wenn ihr bei 0 startet, ist das hier eine gute Möglichkeit, langsam aufzubauen. Acht Wochen lang wärmen wir uns auf, dann trainieren wir 20 Wochen, wirklich sehr strikt, unsere Aerobe Ausdauer oder vielleicht auch unser Klettern, wenn wir ein Kletterprojekt haben. Dann haben wir nochmal 4 Wochen, in denen wir ganz spezifisch nur noch das tun, was wir in unserem Projekt oder in unserem Vorhaben am meisten brauchen werden. Und dann haben wir noch 2 Wochen komplette Pause, fast keine Belastung mehr, gar nichts mehr, nur noch Recovery und dann geht's los. Wenn man aber wirklich schon relativ weit ist und relativ lange drin ist, dann kann man aus der Basis ein bisschen was rauskürzen. Ich würde sagen, 20 Wochen ist dann ein bisschen too much. Dann kann man auch bei 15 Wochen anfangen, dann spart man sich nochmal 5 Wochen weg. Man kann, wenn man schon im Training ist, auch 3 Wochen Übergang streichen. Ist eigentlich auch nicht so ein großes Problem. Hat man 5 Wochen Warm-Up, 15 Wochen Belastung, ist man nur noch bei 20 Wochen. Dann auf jeden Fall die 4 Wochen spezifisch das Training fürs Projekt durchziehen, weil die reißen es oftmals dann raus, dass man wirklich für seine Belastung perfekt vorbereitet ist und dann auf jeden Fall, da dürft ihr nicht sparen, die 2 Wochen Pause, damit der Körper zu 100% erholt in das eigene Projekt reingeht. Ich hoffe, es ist jetzt alles klar. Ihr kriegt das unten in der Videobeschreibung. Und auch nochmal in den Kommentaren pinne ich euch was an, wo ihr das Ding runterladen könnt. Ihr habt die Übersicht, die Basisphase, die spezifische Phase und die Entlastungsphase. Logischerweise gibt es überall immer nur so viele Wochen, wie auch da drin sind. Die Daten müsst ihr natürlich austauschen, wenn ihr beispielsweise erst in 3 Wochen startet oder in 5 Wochen startet oder vor 4 Wochen schon gestartet habt und das jetzt alles nachtragen wollt. Müsst ihr natürlich das Datum dementsprechend anpassen. Vielleicht befindet ihr euch das ja auch schon an der Basisphase. Dann müsst ihr aber sonst eigentlich nichts mehr anpassen, außer, dass ihr die Ziele anpassen müsst. Da stehen jetzt quasi nur Platzhalter drin. Also in der Basisphase mache ich nicht die ganze Zeit 50% der typischen Trainingsbelastung, sondern ich habe das jetzt nur für die Übergangsphase festgelegt. Zum Thema Planung, damit ihr auch da nochmal kurz zurechtfindet. Das Video ist schon viel zu lang, ich weiß. Damit ihr da noch zurechtfindet, plant auf jeden Fall immer die Woche nach der aktuellen Woche mit. Wenn ihr euch einen Plan schreibt, schreibt euch den Plan für 2 Wochen. Ich werde hier mich am Freitag oder am Donnerstag oder Mittwoch, wann ich eben Zeit habe, in Woche 2 hinsetzen und die Woche 3 komplett durchplanen. Natürlich nur die Sollstellen, weil es weiß ich ja noch nicht. Aber wenn ihr das immer erst am Ende der Woche macht und dann erst in die nächste Woche reinplant, dann ist das alles zu spontan, dann fällt da viel unter den Tisch, dann habt ihr schon so viele Termine und so weiter, dass das Blödsinn ist. Ihr solltet euch, wenn ihr euch wirklich auf euer Training konzentrieren wollt, wenn ihr ein wichtiges Projekt habt, das euch wichtig ist, dann solltet ihr auch die Planung dementsprechend priorisieren. Grundsätzlich ist es so, dass ihr aber die Ziele für eure Phase zu Beginn der Phase festlegen solltet, für die komplette Phase. In der Basisphase sollte auf jeden Fall schon klar sein, was ihr in Woche 10 ungefähr an der Trainingsbelastung haben wollt. Wenn sich das ändert, ihr könnt ja einfach umschreiben. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Dieses Excel-Sheet ist komplett anpassbar. Deswegen, ich wollte da nichts schützen, dass ihr irgendwo nichts mehr bearbeiten könnt, sondern ich wollte, dass ihr das wirklich alles komplett bearbeiten könnt, dass ihr hier Sachen ändern könnt, dass ihr sagt, so Zeit in Zonen, das interessiert mich nicht. Ich hoffe, es hilft euch. Ich hoffe, ihr kriegt damit einen guten Überblick darüber, wie ihr euer Training strukturieren könnt und wie ihr euch weiterentwickelt. Hier auch nochmal zur Erklärung, die Steigerung ist natürlich immer die Steigerung aus der Vorwoche. Auch die wird komplett automatisch berechnet. Ich bitte euch, wenn ihr die Trainingsübersicht so verwenden wollt und die Phasen, so wie ich sie verwende, dann bitte, 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 ändert hier nichts. Ihr dürft nur die Events befüllen und die Anmerkungen befüllen. Das hier alles, diese ganzen Blöcke hier, berechnen sich komplett automatisch. Das hier greift alles auf die einzelnen Wochenübersichten zurück. Diese Wochenübersichten berechnen sich komplett automatisch aus den Eintragungen hier. Das Einzige, was ihr befüllen müsst, sind diese Bereiche hier und die Schwierigkeitsgrade, wenn ihr das möchtet, diese Bereiche hier und in der Übersicht die Events und die Anmerkungen. Sonst müsst ihr nichts tun. Der Rest passiert komplett automatisch. Wenn irgendwo ein Referenzfehler drin ist und ihr findet einen, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann korrigiere ich das in der Ansicht, die ihr runterladen könnt natürlich. Ich bin überall nochmal zehnmal drüber gegangen. Trotzdem bin ich nicht fehlerfrei. Diese Formen hier müssten alle perfekt funktionieren. Ich habe auch stichprobenartig getestet. Ich bin viele Stunden dran gesessen. Ich werde es weiter verfolgen. Vielleicht gibt es in ein paar Wochen nochmal ein Update, dass ich euch beweisen kann, dass ich das immer noch mache und dass ich das immer noch genauso verfolge und dass es funktioniert. In diesem Sinne, alle Informationen dazu findet ihr in den Kommentaren und auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Viel Spaß beim Training. Bergheil! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.